Hallo, ich bin Eva Paneck vom Liquid Democracy e.V. Ich habe heute eine Session gemacht und einmal das Konzept der Liquid Democracy vorgestellt und den Jugendbeteiligungs-Server Y-Part auch in seiner jetzigen Form. Wie war die Session? Die war gut, gut besucht vor allen Dingen, das hat mich sehr gefreut. Es kamen einige kritische Fragen rüber, was auch immer sehr gut ist zum Befruchten der Diskussion. Also wir haben angeregt diskutiert, haben noch einmal die Umsetzbarkeit mit den Leuten, die hier mit Jugendlichen zusammenarbeiten, geprüft und ich nehme daraus für mich mit, also vom gesamten heutigen Tag, dass viele motivierte Leute in den Sessions waren, so als Publikum. Es wurde angeregt diskutiert, das fand ich gut heute. Und viele Menschen haben unheimlich interessante Teilprojekte vorgestellt. Also sehr gut auch, vielleicht so als Ergebnis von unserer Session, war eine mögliche Interessenskooperation mit den Machern von Laud in Nürnberg. Darauf freue ich mich sehr, wenn da ein Austausch zustande kommen würde. Und genau, also viel Inspiration ist dabei um die Ecke gekommen, bestimmt einige mögliche interessante Kooperationen, wer weiß. Und die Ecke mit der Ecke gekommen sind. Und das ist in der Ecke.